Amici, ich muss eingreifen. Ihr habt Italienisch essen gerne und ich auch. Aber liebe meine Freunde Schweizer, die ja Deutsch reden. Auf Italienisch gibt es ein paar Regeln. Und ihr sprecht italienische Wörter falsch aus. Wie zum Beispiel dieser. Wo seht ihr genau bei Expresso ein X? Da sagt man Espresso. Espresso. Es mit S wie ein Stocker. Mit der Pizza sind wir auch nicht viel besser. Einmal Pizza Quattro Stationi, bitte. Ja, weil die Pizza thematisiert vier Bushaltstellen auf der Pizza. Nicht die vier Jahreszeit. Ist logisch. Und wer andrà absolut richtig. Lasciamo Quattro Stationi und basta. Für mich sind der Knutschi. Sie kommen darauf, dass C-H-I-G-I ist. Ey G-I! C-H-I! Ich sage ja gar nicht Tschinke und dann schreiben wir das mit C-H-I. Oder? Gnocchi. Aber bei Schimpfwörter sind dir auch nicht viel besser. Hey, kannst nicht aufpassen! A-F-A-N-G-U-L-O! 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 Wirklich? Wir sind Waffanculo. Waffanculo. Und übrigens ist in Italien gar keine Schimpfwort, weil es einfach so viel braucht wird, sodass es sich neutralisiert. Ja, finito. Grazias. Ma vajacagare, vaj.